Das ist ja immer easy, wenn man das so von hinten raus erzählt und das dann so alles in der Guteilung geendet ist. Aber das begann ja alles mit so einem ganz unsicheren Felix. Und dann sind auf dieser Reise so viele Leute dazugekommen, die mich so unterstützt haben und da so kraftviel beigetragen haben. Das war schon alles irgendwie ein krasser, krasser Riot. Ja, die 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 die